Komm weg, komm weg, komm weg! Komm, 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 schüttel rein! Lass mich bitte ein. Oh, das hat faktisch. Aber Charles, siehst du ein bisschen nett sein. Guck mal. Maxi, guck mal die Kamera. Das sind mal geile Dinge. Ja. Ist das Belastungstag heute? Ja? Ja? Kannst du mich bitte mein Training machen lassen? 1 2 3 Soll ich dafür rein, dass der Ball der Fußballspielung nicht läuft? Mach ihn! Tor 1-0! 1-1! 1-1! Ja! Yes! Yes! Oh! So viel Platz! Du siehst! Ja! Okay! So, komm einfach! Ja, so! Das letzte war schon! Hey! Hey! Die darf ich ab! Oh! 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 Musik 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 Schrauben Benacht wieder Javier zum Glocker Oh nein, nein, nein Ich schwöre alleine nichts Und das auch so der Javier zum Glockgehaber Nein, nein! Nein, ich nicht, ich nicht! An die Kamera, mein Mate, ist jetzt auch von einer Videoanalyse weiter ein Spiel gemacht. Nein, nein! Im ersten Mal sind sie zu zweitens, ich habe mir gerade zwei Spiele verloren. Schau, Frau Angelina, das war ganz schön. Ey, schön nach draußen. Schöner Ball, ey! Guck mal hier. Guck, Digga, so ist das Ding im Spiel? Jimmy ist auf dem Kampf, das ist ein gefährliches Kopfballspiel. Nein, nein! Nein, nein! Reiß, reiß! Ja! Was soll ich sagen? Und alles entscheidende ist immer wieder für mich. Ich bin so ein alter Fußball-Roman, Digga. Wenn ihr mal Kinder habt. Oder vielleicht auch mal Enkelkinder. Ja, wenn ihr ab und zu bei uns rüberhört, wir erzählen gerne alte Geschichten. Von früher. Wir waren eh die geilsten. Geilere Typen wie uns gab es eh früher nicht. Und je älter man wird, umso besser werden die Geschichten. Aber wenn ihr einmal erzählt. Ich war im sechsten Hälften. 2024. Gab es dann den Tor. Da gibt es noch einmal das Spiel, Wittelspro gegen Gladbach. Und ich war dabei. Ich bin deutsch. 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 Jaaay. Das ist ein geiles Licht. Was ist denn gut? Das ist geiles Licht. Hast du halt letztes Mal. Ey, du nimmst doch immer die besten Farben mit. Hast du das erstmal Licht gesehen? Lass den ich mal f***en. Blamentt ein bisschen. Ich sage nicht. Wer redest du denn so? Das? Bisschen! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! 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 Go, go, go! Go, go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, go!